Hallo, mein Name ist Nina Beste und ich heiße dich ganz herzlich zu dieser Meditation willkommen. Diese Meditation unterstützt die Reinigung, Heilung und Stärkung deines Darms im Schlaf. Dein Darm ist ein bemerkenswertes Organ, das nicht nur für die Verdauung, sondern auch für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden von großer Bedeutung ist. In dieser Meditation werden wir uns auf die Reinigung, Heilung und Stärkung deines Darms konzentrieren und uns sowohl den körperlichen als auch den seelischen Aspekten widmen. Um einen ganzheitlichen Ansatz für deine Gesundheit zu schaffen. Diese Meditation ist ein Teil meiner Serie für Körperheilung im Schlaf. Die Links zu weiteren Meditationen aus dieser Serie findest du in der Beschreibung. Am Ende der geführten Meditation spielen noch positive Affirmationen ab. Wiederhole diese Affirmationen regelmäßig, um sie in dein Unterbewusstsein einzuprägen und positive Veränderungen in deinem Darm und deinem Leben zu bewirken. Die Affirmationen wirken im Schlaf besonders gut, dass sie direkt in dein Unterbewusstsein gelangen können. Du brauchst den Affirmationen also nicht bewusst zuhören. Sie wirken auch im Hintergrund. Du kannst sie daher auch tagsüber einfach so abspielen lassen. In meiner App kannst du sie zu jeder Zeit in der Dauerschleife abspielen und die positiven Schwingungen auf dich wirken lassen. Finde gerne schon mal eine bequeme Position in deinem Bett, während ich dir noch etwas über den Darm erzähle. Verschiedene Faktoren können zu Darmproblemen führen. Dazu zählen zum Beispiel ungesunde Ernährung, Stress, mangelnde Bewegung und die Einnahme von speziellen Medikamenten. Aber der Darm ist nicht nur physisch, sondern auch emotional verbunden. Deine Gefühle und Gedanken können sich auf deinen Darm auswirken. Der Darm wird oft als unser zweites Gehirn bezeichnet und symbolisiert auch unsere Fähigkeit, das Alte loszulassen und Platz für das Neue zu schaffen. Spirituell gesehen steht der Darm für Transformation und Reinigung. Falls du dies noch nicht getan haben solltest, schließe sanft deine Augen, sobald du soweit bist. Lasse alle Gedanken des Tages los und beginne deinen Atem zu spüren. Atme tief ein und langsam aus. Spüre, wie sich mit jedem Atemzug eine angenehme Ruhe in dir ausbreitet. Lasse jegliche Anspannung in deinem Körper los und erlaube dir in einen Zustand der tiefen Entspannung einzutreten. Nun denke einmal darüber nach, ob es Dinge gibt, die du loslassen möchtest. Ängste, Sorgen oder vielleicht alte Emotionen. Lasse diese Emotionen jetzt zu, erlaube ihnen zu existieren, ohne sie zu bewerten. Beobachte, wie sie eventuell kommen und du sie dann gehen lässt. Lasse sie los und erlaube deinem Darm frei von emotionaler Last zu sein. Lass alles Unnötige einfach aus deiner Energie fließen. Du kannst das visualisieren oder dich auf deine Atmung konzentrieren. oder intuitiv das tun, was dir jetzt gut tut. Lass alles Unnötige einfach aus, wenn du siehst, wenn du siehst, wenn du siehst, wie siehst, wie siehst, wie siehst, wie siehst. Stelle dir jetzt vor, wie dein Darm von einer goldenen Energie durchströmt wird, die mögliche Blockaden nun vollständig löst und ihn von negativen Energien befreit. Stelle dir vor, wie alle negativen Emotionen oder Energien, die sich in deinem Darm angesammelt haben könnten, langsam schmelzen und von dem heilenden Licht ersetzt werden. There queremos Centrather, der sich ein Darm vor allem Pickle doppätze sein, Herr Körnich, wenn du siehst, wie wir siehst, wie siehst, wie siehst du siehst, wie siehst, wie siehst, wie siehst, wie siehst. Untertitelung des ZDF, 2020 Während du dich noch tiefer in diese Meditation begibst, erlaube deinem Körper sich rundum zu regenerieren. Wenn du magst, visualisiere wie gesunde Nahrung deine Zellen nährt und deinen Darm sanft berührt, um noch mehr Gesundheit zu spüren. Visualisiere gerne die Funktionen deines Darms und wie dein Darm den Funktionen in voller Gesundheit nachgeht. Musik 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 Visualisiere nun, wie dein Darm von einem warmen, beruhigenden Licht umgeben ist. Musik Die Farbe dieses Lichts erscheint dir ganz individuell. Musik Dieses Licht strahlt in jeden Bereich deines Darms und füllt ihn sanft mit vollkommener Gesundheit. Musik 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 Stell dir vor, wie deine Darmzellen sich regenerieren und in einen Zustand optimaler Gesundheit zurückkehren. Dein Darm ist ruhig, entspannt und in Harmonie. Dein Darm ist ruhig, entspannt und in Harmonie. Du kannst dich nun in die wohlige Geborgenheit deiner Decke kuscheln, während du in einen tiefen Schlaf gleitest. Dein Körper setzt die Transformation deines Darms während der Nacht fort, während du dich in einen erholsamen Schlaf hüllst. Vertraue darauf, dass dein Körper und Geist im Einklang arbeiten, um deine Gesundheit zu fördern. Lass die nun gleich folgenden positiven Affirmationen, solange es angenehm ist, weiter abspielen. Sie erinnern dich im Schlaf daran, dass dein Darm gesund und entspannt ist und schenken dir zudem gesunde Glaubenssätze. Mein Darm ist ein Ort der Reinigung und Heilung. Ich gebe meinem Darm die Liebe und Aufmerksamkeit, die er verdient. Durch bewusste Ernährung unterstütze ich die Gesundheit meines Darms. Mein Darm und ich arbeiten harmonisch zusammen, um Wohlbefinden zu schaffen. Ich habe alte Energien aus meinem Darm losgelassen und Gesundheit empfangen. Mit jedem Atemzug stärke ich die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Mein Darm ist ein Ort der Transformation und Erneuerung. Ich sende heilende Energie in meinen Darm, um ihn stets zu stärken. Durch positive Gedanken pflege ich meinen Darm auf geistiger Ebene. Jede Zelle in meinem Darm strahlt in Gesundheit und Harmonie. Ich vertraue darauf, dass mein Körper die Fähigkeit zur Selbstheilung hat. Ich erlaube meinem Darm, frei zu sein. Mein Darm ist ein Zentrum der Intuition und spirituellen Wahrnehmung. Durch Achtsamkeit stärke ich die Verbindung zwischen meinem Darm und meinem Geist. Mein Darm verdient nur die besten Nährstoffe, um optimal zu funktionieren. Ich liebe und akzeptiere meinen Darm so, wie er ist. Ich genieße es, dass mein Darm optimal funktioniert. Mein Darm ist ein Spiegel meiner inneren Harmonie und Ausgeglichenheit. Mit jeder Mahlzeit wähle ich Nahrungsmittel, die meinen Darm unterstützen. Ich ernähre mich gesund und zufriedenstellend. Mein Darm ist ein Tempel der Gesundheit, den ich mit Liebe umgebe. Ich verbinde mich mit der spirituellen Weisheit meines Darms und höre auf seine Botschaften. Jeder Tag bietet mir die Möglichkeit, meinen Darm mit positiver Energie zu nähren. Mein Darm ist frei und seine Energie fließt in perfektem Rhythmus. Ich danke meinem Darm für seine wichtige Rolle in meinem Gesamtwohlbefinden. Ich vertraue darauf, dass meine innere Stärke meinen Darm immer wieder mit gesunder Energie füllt. Durch gezielte Bewegung fördere ich die Durchblutung meines Darms. Meine Verdauung funktioniert optimal. Mein Darm ist ein Ort der Freude und Lebenskraft. Ich bin offen für die spirituellen Lehren, die mein Darm mir vermittelt. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Mein Darm ist ein Ort der Reinigung und Heilung. Ich gebe meinem Darm die Liebe und Aufmerksamkeit, die er verdient. Durch bewusste Ernährung unterstütze ich die Gesundheit meines Darms. Mein Darm und ich arbeiten harmonisch zusammen, um Wohlbefinden zu schaffen. Ich habe alte Energien aus meinem Darm losgelassen und Gesundheit empfangen. Mit jedem Atemzug stärke ich die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Mein Darm ist ein Ort der Transformation und Erneuerung. Ich sende heilende Energie in meinen Darm, um ihn stets zu stärken. Durch positive Gedanken pflege ich meinen Darm auf geistiger Ebene. Jede Zelle in meinem Darm strahlt in Gesundheit und Harmonie. Ich vertraue darauf, dass mein Körper die Fähigkeit zur Selbstheilung hat. Ich erlaube meinem Darm, frei zu sein. Mein Darm ist ein Zentrum der Intuition und spirituellen Wahrnehmung. Durch Achtsamkeit stärke ich die Verbindung zwischen meinem Darm und meinem Geist. Mein Darm verdient nur die besten Nährstoffe, um optimal zu funktionieren. Ich liebe und akzeptiere meinen Darm so, wie er ist. Ich genieße es, dass mein Darm optimal funktioniert. Mein Darm ist ein Spiegel meiner inneren Harmonie und Ausgeglichenheit. Mit jeder Mahlzeit wähle ich Nahrungsmittel, die meinen Darm unterstützen. Ich ernähre mich gesund und zufriedenstellend. Mein Darm ist ein Tempel der Gesundheit, den ich mit Liebe umgebe. Ich verbinde mich mit der spirituellen Weisheit meines Darms und höre auf seine Botschaften. Jeder Tag bietet mir die Möglichkeit, meinen Darm mit positiver Energie zu nähren. Mein Darm ist frei und seine Energie fließt in perfektem Rhythmus. Ich danke meinem Darm für seine wichtige Rolle in meinem Gesamtwohlbefinden. Ich vertraue darauf, dass meine innere Stärke meinen Darm immer wieder mit gesunder Energie füllt. Durch gezielte Bewegung fördere ich die Durchblutung meines Darms. Meine Verdauung funktioniert optimal. Mein Darm ist ein Ort der Freude und Lebenskraft. Ich bin offen für die spirituellen Lehren, die mein Darm mir vermittelt. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Mein Darm ist ein Ort der Reinigung und Heilung. Ich gebe meinem Darm die Liebe und Aufmerksamkeit, die er verdient. Durch bewusste Ernährung unterstütze ich die Gesundheit meines Darms. Mein Darm und ich arbeiten harmonisch zusammen, um Wohlbefinden zu schaffen. Ich habe alte Energien aus meinem Darm losgelassen und Gesundheit empfangen. Mit jedem Atemzug stärke ich die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Mein Darm ist ein Ort der Transformation und Erneuerung. Ich sende heilende Energie in meinen Darm, um ihn stets zu stärken. Durch positive Gedanken pflege ich meinen Darm auf geistiger Ebene. Jede Zelle in meinem Darm strahlt in Gesundheit und Harmonie. Ich vertraue darauf, dass mein Körper die Fähigkeit zur Selbstheilung hat. Ich erlaube meinem Darm frei zu sein. Mein Darm ist ein Zentrum der Intuition und spirituellen Wahrnehmung. Durch Achtsamkeit stärke ich die Verbindung zwischen meinem Darm und meinem Geist. Mein Darm verdient nur die besten Nährstoffe, um optimal zu funktionieren. Ich liebe und akzeptiere meinen Darm so, wie er ist. Ich genieße es, dass mein Darm optimal funktioniert. Mein Darm ist ein Spiegel meiner inneren Harmonie und Ausgeglichenheit. Mit jeder Mahlzeit wähle ich Nahrungsmittel, die meinen Darm unterstützen. Ich ernähre mich gesund und zufriedenstellend. Mein Darm ist ein Tempel der Gesundheit, den ich mit Liebe umgebe. Ich verbinde mich mit der spirituellen Weisheit meines Darms und höre auf seine Botschaften. Jeder Tag bietet mir die Möglichkeit, meinen Darm mit positiver Energie zu nähren. Mein Darm ist frei und seine Energie fließt in perfektem Rhythmus. Ich danke meinem Darm für seine wichtige Rolle in meinem Gesamtwohlbefinden. Ich vertraue darauf, dass meine innere Stärke meinen Darm immer wieder mit gesunder Energie füllt. Durch gezielte Bewegung fördere ich die Durchblutung meines Darms. Meine Verdauung funktioniert optimal. Mein Darm ist ein Ort der Freude und Lebenskraft. Ich bin offen für die spirituellen Lehren, die mein Darm mir vermittelt. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Mein Darm ist ein Ort der Reinigung und Heilung. Ich gebe meinem Darm die Liebe und Aufmerksamkeit, die er verdient. Durch bewusste Ernährung unterstütze ich die Gesundheit meines Darms. Mein Darm und ich arbeiten harmonisch zusammen, um Wohlbefinden zu schaffen. Ich habe alte Energien aus meinem Darm losgelassen und Gesundheit empfangen. Mit jedem Atemzug stärke ich die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Mein Darm ist ein Ort der Transformation und Erneuerung. Ich sende heilende Energie in meinen Darm, um ihn stets zu stärken. Durch positive Gedanken pflege ich meinen Darm auf geistiger Ebene. Jede Zelle in meinem Darm strahlt in Gesundheit und Harmonie. Ich vertraue darauf, dass mein Körper die Fähigkeit zur Selbstheilung hat. Ich erlaube meinem Darm frei zu sein. Mein Darm ist ein Zentrum der Intuition und spirituellen Wahrnehmung. Durch Achtsamkeit stärke ich die Verbindung zwischen meinem Darm und meinem Geist. Mein Darm verdient nur die besten Nährstoffe, um optimal zu funktionieren. Ich liebe und akzeptiere meinen Darm so, wie er ist. Ich genieße es, dass mein Darm optimal funktioniert. Mein Darm ist ein Spiegel meiner inneren Harmonie und Ausgeglichenheit. Mit jeder Mahlzeit wähle ich Nahrungsmittel, die meinen Darm unterstützen. Ich ernähre mich gesund und zufriedenstellend. Mein Darm ist ein Tempel der Gesundheit, den ich mit Liebe umgebe. Ich verbinde mich mit der spirituellen Weisheit meines Darms und höre auf seine Botschaften. Jeder Tag bietet mir die Möglichkeit, meinen Darm mit positiver Energie zu nähren. Mein Darm ist frei und seine Energie fließt in perfektem Rhythmus. Ich danke meinem Darm für seine wichtige Rolle in meinem Gesamtwohlbefinden. Ich vertraue darauf, dass meine innere Stärke meinen Darm immer wieder mit gesunder Energie füllt. Durch gezielte Bewegung fördere ich die Durchblutung meines Darms. Meine Verdauung funktioniert optimal. Mein Darm ist ein Ort der Freude und Lebenskraft. Ich bin offen für die spirituellen Lehren, die mein Darm mir vermittelt. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Mein Darm ist ein Ort der Reinigung und Heilung. Ich gebe meinem Darm die Liebe und Aufmerksamkeit, die er verdient. Durch bewusste Ernährung unterstütze ich die Gesundheit meines Darms. Mein Darm und ich arbeiten harmonisch zusammen, um Wohlbefinden zu schaffen. Ich habe alte Energien aus meinem Darm losgelassen und Gesundheit empfangen. Mit jedem Atemzug stärke ich die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Mein Darm ist ein Ort der Transformation und Erneuerung. Ich sende heilende Energie in meinen Darm, um ihn stets zu stärken. Durch positive Gedanken pflege ich meinen Darm auf geistiger Ebene. Jede Zelle in meinem Darm strahlt in Gesundheit und Harmonie. Ich vertraue darauf, dass mein Körper die Fähigkeit zur Selbstheilung hat. Ich erlaube meinem Darm frei zu sein. Mein Darm ist ein Zentrum der Intuition und spirituellen Wahrnehmung. Durch Achtsamkeit stärke ich die Verbindung zwischen meinem Darm und meinem Geist. Mein Darm verdient nur die besten Nährstoffe, um optimal zu funktionieren. Ich liebe und akzeptiere meinen Darm so, wie er ist. Ich genieße es, dass mein Darm optimal funktioniert. Mein Darm ist ein Spiegel meiner inneren Harmonie und Ausgeglichenheit. Mit jeder Mahlzeit wähle ich Nahrungsmittel, die meinen Darm unterstützen. Ich ernähre mich gesund und zufriedenstellend. Mein Darm ist ein Tempel der Gesundheit, den ich mit Liebe umgebe. Ich verbinde mich mit der spirituellen Weisheit meines Darms und höre auf seine Botschaften. Jeder Tag bietet mir die Möglichkeit, meinen Darm mit positiver Energie zu nähren. Mein Darm ist frei und seine Energie fließt in perfektem Rhythmus. Ich danke meinem Darm für seine wichtige Rolle in meinem Gesamtwohlbefinden. Ich vertraue darauf, dass meine innere Stärke meinen Darm immer wieder mit gesunder Energie füllt. Durch gezielte Bewegung fördere ich die Durchblutung meines Darms. Meine Verdauung funktioniert optimal. Mein Darm ist ein Ort der Freude und Lebenskraft. Ich bin offen für die spirituellen Lehren, die mein Darm mir vermittelt. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Mein Darm ist ein Ort der Reinigung und Heilung. Ich gebe meinem Darm die Liebe und Aufmerksamkeit, die er verdient. Durch bewusste Ernährung unterstütze ich die Gesundheit meines Darms. Mein Darm und ich arbeiten harmonisch zusammen, um Wohlbefinden zu schaffen. Ich habe alte Energien aus meinem Darm losgelassen und Gesundheit empfangen. Mit jedem Atemzug stärke ich die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Mein Darm ist ein Ort der Transformation und Erneuerung. Ich sende heilende Energie in meinen Darm, um ihn stets zu stärken. Durch positive Gedanken pflege ich meinen Darm auf geistiger Ebene. Jede Zelle in meinem Darm strahlt in Gesundheit und Harmonie. Ich vertraue darauf, dass mein Körper die Fähigkeit zur Selbstheilung hat. Ich erlaube meinem Darm frei zu sein. Mein Darm ist ein Zentrum der Intuition und spirituellen Wahrnehmung. Durch Achtsamkeit stärke ich die Verbindung zwischen meinem Darm und meinem Geist. Mein Darm verdient nur die besten Nährstoffe, um optimal zu funktionieren. Ich liebe und akzeptiere meinen Darm so, wie er ist. Ich genieße es, dass mein Darm optimal funktioniert. Mein Darm ist ein Spiegel meiner inneren Harmonie und Ausgeglichenheit. Mit jeder Mahlzeit wähle ich Nahrungsmittel, die meinen Darm unterstützen. Ich ernähre mich gesund und zufriedenstellend. Mein Darm ist ein Tempel der Gesundheit, den ich mit Liebe umgebe. Ich verbinde mich mit der spirituellen Weisheit meines Darms und höre auf seine Botschaften. Jeder Tag bietet mir die Möglichkeit, meinen Darm mit positiver Energie zu nähren. Mein Darm ist frei und seine Energie fließt in perfektem Rhythmus. Ich danke meinem Darm für seine wichtige Rolle in meinem Gesamtwohlbefinden. Ich vertraue darauf, dass meine innere Stärke meinen Darm immer wieder mit gesunder Energie füllt. Durch gezielte Bewegung fördere ich die Durchblutung meines Darms. Meine Verdauung funktioniert optimal. Mein Darm ist ein Ort der Freude und Lebenskraft. Ich bin offen für die spirituellen Lehren, die mein Darm mir vermittelt. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Mein Darm ist ein Ort der Reinigung und Heilung. Ich gebe meinem Darm die Liebe und Aufmerksamkeit, die er verdient. Durch bewusste Ernährung unterstütze ich die Gesundheit meines Darms. Mein Darm und ich arbeiten harmonisch zusammen, um Wohlbefinden zu schaffen. Ich habe alte Energien aus meinem Darm losgelassen und Gesundheit empfangen. Mit jedem Atemzug stärke ich die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Mein Darm ist ein Ort der Transformation und Erneuerung. Ich sende heilende Energie in meinen Darm, um ihn stets zu stärken. Durch positive Gedanken pflege ich meinen Darm auf geistiger Ebene. Jede Zelle in meinem Darm strahlt in Gesundheit und Harmonie. Ich vertraue darauf, dass mein Körper die Fähigkeit zur Selbstheilung hat. Ich erlaube meinem Darm, frei zu sein. Mein Darm ist ein Zentrum der Intuition und spirituellen Wahrnehmung. Durch Achtsamkeit stärke ich die Verbindung zwischen meinem Darm und meinem Geist. Mein Darm verdient nur die besten Nährstoffe, um optimal zu funktionieren. Ich liebe und akzeptiere meinen Darm so, wie er ist. Ich genieße es, dass mein Darm optimal funktioniert. Mein Darm ist ein Spiegel meiner inneren Harmonie und Ausgeglichenheit. Mit jeder Mahlzeit wähle ich Nahrungsmittel, die meinen Darm unterstützen. Ich ernähre mich gesund und zufriedenstellend. Mein Darm ist ein Tempel der Gesundheit, den ich mit Liebe umgebe. Ich verbinde mich mit der spirituellen Weisheit meines Darms und höre auf seine Botschaften. Jeder Tag bietet mir die Möglichkeit, meinen Darm mit positiver Energie zu nähren. Mein Darm ist frei und seine Energie fließt in perfektem Rhythmus. Ich danke meinem Darm für seine wichtige Rolle in meinem Gesamtwohlbefinden. Ich vertraue darauf, dass meine innere Stärke meinen Darm immer wieder mit gesunder Energie füllt. Durch gezielte Bewegung fördere ich die Durchblutung meines Darms. Meine Verdauung funktioniert optimal. Mein Darm ist ein Ort der Freude und Lebenskraft. Ich bin offen für die spirituellen Lehren, die mein Darm mir vermittelt. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Mein Darm ist ein Ort der Reinigung und Heilung. Ich gebe meinem Darm die Liebe und Aufmerksamkeit, die er verdient. Durch bewusste Ernährung unterstütze ich die Gesundheit meines Darms. Mein Darm und ich arbeiten harmonisch zusammen, um Wohlbefinden zu schaffen. Ich habe alte Energien aus meinem Darm losgelassen und Gesundheit empfangen. Mit jedem Atemzug stärke ich die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele. Mein Darm ist ein Ort der Transformation und Erneuerung. Ich sende heilende Energie in meinen Darm, um ihn stets zu stärken. Durch positive Gedanken pflege ich meinen Darm auf geistiger Ebene. Jede Zelle in meinem Darm strahlt in Gesundheit und Harmonie. Ich vertraue darauf, dass mein Körper die Fähigkeit zur Selbstheilung hat. Ich erlaube meinem Darm frei zu sein. Mein Darm ist ein Zentrum der Intuition und spirituellen Wahrnehmung. Durch Achtsamkeit stärke ich die Verbindung zwischen meinem Darm und meinem Geist. Mein Darm verdient nur die besten Nährstoffe, um optimal zu funktionieren. Ich liebe und akzeptiere meinen Darm so, wie er ist. Ich genieße es, dass mein Darm optimal funktioniert. Mein Darm ist ein Spiegel meiner inneren Harmonie und Ausgeglichenheit. Mit jeder Mahlzeit wähle ich Nahrungsmittel, die meinen Darm unterstützen. Ich ernähre mich gesund und zufriedenstellend. Mein Darm ist ein Tempel der Gesundheit, den ich mit Liebe umgebe. Ich verbinde mich mit der spirituellen Weisheit meines Darms und höre auf seine Botschaften. Jeder Tag bietet mir die Möglichkeit, meinen Darm mit positiver Energie zu nähren. Mein Darm ist frei und seine Energie fließt in perfektem Rhythmus. Ich danke meinem Darm für seine wichtige Rolle in meinem Gesamtwohlbefinden. Ich vertraue darauf, dass meine innere Stärke meinen Darm immer wieder mit gesunder Energie füllt. Durch gezielte Bewegung fördere ich die Durchblutung meines Darms. Meine Verdauung funktioniert optimal. Mein Darm ist ein Ort der Freude und Lebenskraft. Ich bin offen für die spirituellen Lehren, die mein Darm mir vermittelt. Ich bin glücklich, gesund und zufrieden. Ich bin glücklich, notwendig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020